ja ja leute was geht ab heute ist etwas besonderes hat jetzt gerade ein video hochgeladen kennt ihr auch alle aus der hey you video und geschrieben das wird auch geil und er lernt jemanden kennen und jetzt schauen wir mal das gleiche und reagieren wir also ich wollte ganz am anfang sagen er gibt immer in jedes video mühe so lag ihn mal fangen wir an hey du ich muss noch tun dann schaltet jetzt ein ihr habt schon eingeschaltet also wieso so lange kein hey joe mehr kam wollt ihr wissen ein hey joe lebt ja von seinen zusammenhängenden und tiefgründigen aber auch genialen und davon gibt es viele viele ideen hier drin zum beispiel lauter schöne ideen so wie diese hier reingeguckt ok aber manchmal habe ich so vieles gleich ich habe reingeschaut gleichzeitig im kopf wie termine beim school events dass man sich mit den videos nicht immer übertreffen kann was ist das was bist du denn ich bin eine idee und die wäre ich wurde damals gemobbt weil alle dachten dass ich keine gute idee bin aber irgendwann entwickle auch ich mich zu einer großartigen idee sag an welche idee bist du bisschen john an der ausgebilden das ist das alte trend leute hat ganz weit gemacht also er hat kommentar immer bekommen dass die man so aber leute heute wird wieder krassen deswegen let's go hey wie bist du darauf gekommen mit youtube anzufangen ich habe diese frage eigentlich schon unglaublich auf beantwortet ich kann euch aber mal erzählen wie es nicht war ich habe mich über den boden gewählt die wand angeschrieben und anschließend an ich finde das und stellte es ins internet und sogar künstler wie adele meinte i like what you did there und brachte anschließend einen hitraus namens hey fragt ist john jetzt eine vollendete blume wenn ich weiß was gemeint ist es handelt sich um diese szene hier das sieht aus wie eine kleine blume wenn du dieses video hier siehst du bist komisch ich würde einmal sagen die motion track es kommt gleich diese motion glaube ich also der angeschön hat er gut gemacht ein salut die eine glücksessenz die aus dem speichel der glücklichen john blume entnommen wurde hat einen kreierten die besten durchaus eine ein deodorant welches einzigartig ist die lille beirre fragt mich wie kommst du mit der bärm school voran bist du noch wo ich gesagt habe diese waren wird hier noch durchgeschlagen damit wir halten direkt Durchgang haben und jetzt Leute, ist es soweit. Bezirklich der Werbespur, wir gehen jetzt momentan auch herbe Gas, weil wir wollen natürlich auch die Deadline einhalten. Anfang Juni soll es dann losgehen, Leute. Ihr habt gesehen, es sind noch sehr viele leere Räume, aber ey, wir geben Gas. Ich kann es gerade nicht so gut nach außen. Ich kann leider nicht gehen, weil ich in der Schweiz wohne, also wohne in Deutschland. Ich kann nicht so reisen, so Bams go und ich kann auch nicht gut tanzen, na ja. Aber ich bin, ich bin so aufgeregt, Leute. Das wird auf jeden Fall. Der liebe Greggly Greg sagt, mach mal Memes nach und dann wird dir das Smiley. Das ist fast schon ein eigenes Video. Das kann man nicht. Dem Blick kann ich gut. Aliens. Der Beste aller Besten. Der Beste aller Besten. Ich halte mein Leben. Nackensperre gleich. Oh Gott. Not bad. Mein Gesicht tut weh. Aber, jetzt kann ich meine Fresse als Antwort unter tweets von anderen Leuten schreiben. My son, that is a genius. Drew's Mom gefragt. Hashtag HeyDrew. Was passiert, wenn Vince und Kyle das Huhn einen Song zusammen machen? Ja, die beiden zusammen passen wie Topf und Decke. Wie Wasch und Becken. Wie Bibi und... Wie Lu. Kann das nur gut werden. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich habоки. Das ist häufig. Ich hab虫eletten. Das sind blaue Haare. What? 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 Was? Das ist ein Like da. Tschüss. Guck mal süß in die Kamera zu gucken und dich nicht bewegen, damit wir ein Screen machen können. Ne, ich habe einen besseren Kandidaten dafür. Guck mal süß in die Kamera. Lass mich runter, ich hab Höhenangst. Komm, hab dich nicht so. Hilfe, Hilfe, lass mich runter. Wirklich meine finale Form. Shit, ich hab immer noch Höhenangst. Hör mich runter. Jan mit J fragt, wie viel Gürkchen passen eigentlich in Vincent Lies Mund? Keine Ahnung, bis ich Vincent zu überreden habe, das zu machen. Nein, jetzt komm, jetzt komm. Ich hab dich doch da. Na, ernsthaft? Trich, vier. Einer geht noch. Fünf hast du geschafft, Vince. Lea Bam fragt, wann kommt das neue ? Wir arbeiten noch dran. Auf jeden Fall bedeutet dieses Zeichen hier ?" Es kommt aus dem Chinesischen und bedeutet Traum. Vielleicht wissen es ja manchmal, aber aufgrund meiner Dads habe ich immer so eine Verbundenheit zu Planeten, Sternen und Galaxien. habe, deswegen wird das Ganze hier ein bisschen so galaxy-mäßig aufgebaut. Ich will die Bälle fragen, Hashtag K2, wo ist Boolean hin? Macht der Urlaub? Leute, diese ganze Julian-Boolean-Persönlichkeitsgeschichte, das war ein Hin und Her und es war einfach anstrengend. Deswegen gibt es jetzt wieder nur mich. Und mich, Boolean. Hallo. Ja, Leute, auf Boolean sind wir wieder aktiv. Da werden wir euch wie gewohnt mitnehmen, wie jetzt zum Beispiel zum Kids Choice Award, wo wir by the way dank euch gewonnen haben. Dankeschön dafür. Und danke für alles. Nein. Danke. Die Sonne lacht und dann danke. Okay, es reicht. Schnauze. Julians Eule fragt, du hast unerwartet eine Wette verloren und musst eine Woche lang jeden Tag ein Glas Oliven essen. Wie drückst du dich davor? Oliven? Also, ich bleibe ganz gechillt, Leute, aber Aber easy, ja, ich ziehe einfach mein Jetpack an und flieg einfach davon. Tschüss. Partybär fragt, Hashtag K2, hast du heute schon einen Rehwege-Disk? Reh finde ich momentan not so cool, weil Musiker-Pseudonym von ihm ist not so cool. Er nennt sich jetzt gerade so, ach scheiße. Also deswegen, zu Rehwe kann ich nur sagen... Wer merkt nicht schon, wer merkt nicht schon? Rehwe... Crydex fragt, was sehr interessant ist, wie finden Sie den YouTube-Algorithmus und die Entscheidung von YouTube, dass nur die aktiven Leute etwas in ihrer Abo-Box sehen sollen? Ja, Leute, bei vielen von euch werden diese Videos hier einfach nicht mehr angezeigt in der Abo-Box, weil YouTube jetzt eh nicht wie Facebook und Instagram ein Filtersystem hat. Leider verpassen viele von euch Zuschauer auch diese wöchentlichen Videos hier. Manche fragen uns, hey, wieso kam letzte Woche kein Video, obwohl wir eigentlich für jeden Freitag mindestens ein Video kreieren. Deswegen, Leute, es gibt nur eins, was wir jetzt alle machen können. Neben dem Abo-Button ist nochmal eine Glocke, da könnt ihr nochmal draufklicken und da könnt ihr auf alle klicken und nicht auf gelegentlich, sonst seht ihr halt nur die Hälfte unserer Videos, ob da vielleicht nur ein Drittel oder ein Drittel, ein Drittel, ich weiß es nicht. Und dann sollte ja nicht immer benachrichtigt werden. Nice. Kritiver fragt, Hashtag K2, du verbirgst doch etwas. Ich wusste nicht, dass es euch schon aufgefallen ist. Wir waren eigentlich dabei, einen fetten Fortnite-Kino-Trailer zu drehen, aber diese Idee wurde dann mittendrin verworfen, so wie ich dich gerade geworfen habe, du kleine Idee. Aber wir können euch zeigen, was wir gedreht haben und naja, spulen wir einfach mal 20 Jahre zurück, wo ich noch ein kleiner Junge war und Vince noch mein Vater. Warte. Hey, wir sind keine Union. Oh, wie ein Video. Kino. Da sieht man auch mal, dass wir einfach große Projekte, Ideen mittendrin einfach verwerfen, weil sie dann zu aufwendig sind, zu teuer sind, zu lange dauern. Aber das sind Dinge, die ihr natürlich auch meistens gar nicht mitbekommt. Aber Leute, das gehört auch dazu. Die Bülscher fragt, Hashtag K2, ist es nicht langsam Zeit für eine Freundin? John, was ist mit dir passiert? Irgendeine komische Fee mit einem Sack vollziehen, er ist auf mich getreten. Wie kann ich dir helfen? Erinnere dich an die Karte im Thumbnail. Die Karte, die Karte auf dem Thumbnail? Achte, achte, Symbole. Das Thumbnail, die drei Symbole, wofür können... Er verbietet immer mit etwas. Sie stehen. Ich stehe aber. Das Thumbnail, drei Herzen. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang des Videos. Ich erinnere mich, da war doch was. Stopp, replay. I like, what? Stopp, näher dran, replay. I like. Wir haben's. Zurück zum Thumbnail, wir haben den ersten Like. Weiter geht's, zu Rezo. Hey Leute, lasst einen Like. Stopp, wir wechseln die Perspektive. Näher dran, was sagt Rezo nochmal? Replay. Hey Leute, lasst einen Like da. Stopp, zurück zum Thumbnail, wir haben den zweiten Like. Da war doch noch irgendetwas mit Vince. Stopp, nee, hier ist nix. Oder warte mal, was passierte währenddessen hinter der Cam? Marius, oder warte mal, weiter links. Zoom ran, das Huhn, das war doch auch in dieser Szene hier. Zoom raus, noch weiter. Aha, die Untertitel. Weiter nach links, übersetze die Subtitles ins Englische. Wir haben den dritten Like. Zurück zum Thumbnail. Ich hab's. Danke, Julian, dass du dich um meinen Garten kümmerst. Er ist ein wichtiger Teil von mir. Was bist du? Ich bin dein Haus. Du, du bist das Haus, von dem der Zeichner gesprochen hat. Ich dachte, das Haus hättest dir gesagt. Ich hab so viele Fragen. Wo, woher kommt die Null und warum hab ich zwei verschiedene Socken an und warum kann ich mit allen möglichen Gegenständen reden? Das Einzige, was du zu diesem Zeitpunkt wissen musst, ist, ein Sturm zieht auf. Aber der Sturm ist doch schon vorbei. Das war nur ein Sandsturm. Nur ein Sandsturm? Sei achtsam, Julian, und bewahre die Hinweise, die schon erzählt wurden und die sich in den folgenden Monden noch ergeben werden. Ich verstehe das nicht. Was meinst du? Alle Booten müssen sich versammeln, denn der Mond schaut nicht mehr lange nur zu. Die Sonne scheint und, ja, ich hätte ein bisschen Wasser gebrochen. Kann mich jemand gießen, bitte? Hallo! Hallo! Kann mich jemand gießen? Ah, da kommt ja jemand. Hey, kannst du mich gießen? Oh ja, danke. Was? Nein, nein, nein. Leute, er hat endlich den John gepießen. Krass. Ich würde nochmal sagen, Leute, es ist unglaublich viele Arbeit drin. Mega viel. Check ihn mal auch. Nicht vergessen. Das Geiste Hey You. Ich gesehen habe. Krass. Einfach krass. Das Geiste Hey. sousreally mal. Christ. Oh ja. Oh ja. Zie ich die Hei. His espert. cheek diret. Was der ich? Bis zum nächsten Mal.